ja überlegen ob ich es kann man noch ein bisschen hochstellen sein ist alles noch ein bisschen zu düster hier gerade mit der studio beleuchtung hier vorne dran ok hier kann mich nichts hoch muss ich wahrscheinlich außenrum laufen biesen könnte ich mir nach eigentlich auch machen ein biesen das ist doch nicht nur einer oder entscheidend doch ok oh ja 500 gold haste vollkommen recht wer kauft die wahrscheinlich nur die 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 auch zauber verkaufen und so ne mh 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 ach jetzt bin ich hier oben drüber ok ich wollte hier hinten nochmal kurz gucken hof magier ok bildetor kauft den auch ok auf die sachen verkauft er kauft die sachen auch ich glaube nie hallo was war das denn hä ist da eine falle ach hier eine bärenfalle ich bin sogar in beide reingelaufen wie süß ein fell ne 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 ok ne wo bären fallen hab ich gemerkt ich düste hier die höhle meine güte ich glaube ihr und ich haben einiges zu bereden ich glaube wir können alle von der gegenwärtige situationen profitieren meine kampf bereits unter beweis gestellt lasst uns einen augenblick reden und niemand sonst muss sterben ich glaube wir können alle von der gegenwärtige situationen profitieren Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen sendet. Ja, das wollen wir doch jetzt mal wissen. Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnit sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürften nach Gerechtigkeit. Natürlich. Ihr wurdet geschickt von, wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich, Shazra, Sadia? Eines von beiden, korrekt? Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Eure Gier? Oder vielleicht ein eher niederes Bedürfnis? Gar nichts. Nein. Keine Angst. Ich bin ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Buhh. Mal noch ein bisschen reden, ne? Mal gucken. Wie bitte? Nein. Nichts derart grobes. Sadia, wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tarnit wegen Verrats gesucht. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Sie hat die Stadt an den Altmeribund verletzt. Ah, hat er schon gesagt. Ohne ihren Verrat hätte Tarnit sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Ist auch schön mit dem Wasserfall hier drüber. Tolle Gesprächsumgebung. Der Diasat gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürften nach Gerechtigkeit. Sie vertraut euch. Zumindest ein Stück weit. Schließlich hat sie euch auf uns angesetzt. Sie hat keinen Grund, etwas anderes von euch zu erwarten. Überzeugt sie davon, dass wir ihr dicht auf den Fersen sind. Dass sie fliehen muss. Bringt sie zu den Stellen außerhalb von Weißlauf. Wir werden auf euch warten und sie dann festnehmen. Ich will gern einen Teil der Belohnung mit euch teilen. Schließlich helft ihr uns im Namen der Gerechtigkeit. Ich glaube denen irgendwie nett. Ich will es auf die harte Tour. Oh mein Gott. Oh oh, gleich meine Falle. Oh oh, gleich meine Falle. Oh. 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 Das war's für heute. Komm schon, Jungs. Nein, nein, shake fest. Fuck. So, abgespeichert ist abgespeichert. Wir machen das jetzt so und fertig. Ich muss immer so nah ran, das ist nervig. Zack. Der hat ja gar nichts dabei. Das ist ja wirklich 0,0. Sieht aber cool aus, das Zeug, was der hat, was die haben. So, ich helfe der schönen Frau. Okay, die haben alle nur den Mist dabei. War hier unten noch irgendwas? Die haben nicht mal Gold dabei. Scheinen doch wirklich nur Auftragskiller gewesen zu sein. Naja, gemacht ist gemacht. Wir werden sehen. So, ich muss hier zurück, ne? Links. Da war eine Truhe. Dankeschön. In dem großen Raum, oder was? Pilze sehe ich. Ach ja, Gott, eine Riesentrohe. Wie kann man die übersehen? Geil. Uh. Oh, 1200. Fett. Gut. Oh, die ist auch nicht schlecht, ne? 20% gesteigert. Sollte man anziehen. Sollte man zumindest irgendwo haben. Okay. Dankeschön für den Tipp. Hätte ich jetzt übersehen. Ich habe mich schon gewundert. Normalerweise in so einem Endboss-Raum ist ja immer sowas drin, ne? Okay. 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 Ich bin gespannt, ob das noch weitergeht. Okay. Schauen wir mal. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Eine weitere Mitteilung von eurem Freund Rales. Ja, der Rales geht wieder ab. Das war's dann wohl. Ich muss los. Alles klar. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, dass wir auch auf dieser Insel. Also machen wir alles irgendwann mal später. Das hat ja Zeit. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Die Alikir werden euch keine Probleme mehr bereiten. Ich kann in Frieden leben. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch nicht genug danken. Nehmt diese Belohnung. Als ich fortging, konnte ich etwas von meinem Reichtum aus Hammerfell hinausschmuggeln. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Für den Moment erhalte ich meine Tarnung. Hier aufrecht. Ihr seid mir in der beflagten Meere immer willkommen. Abgeschlossen. Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Oh, guck mal. Okay. Nein, ich habe mir noch kein Haus gekauft. Ich will mir erst mal das Haus in... Hier weiter aufbauen. Wo ist das denn? Hier. Das habe ich mir gekauft. Das ist auch aus irgendeinem Add-on, glaube ich. Das ist irgendein DLC, ne? Ich dachte, wir werden auch nichts stehlen. Okay, alles klar. Gut. Was machen wir jetzt? Wahrscheinlich kann ich in dem anderen Haus da vom DLC auch irgendein Alchemiezimmer einbauen, ne? Schätze ich mal. Irgendwann, wenn ich das weiter aufgebaut habe. So, was haben wir jetzt hier? So, was haben wir jetzt hier? Das geht nicht. Das ist das, wo ich zum Wehrwolf werden muss. Das mache ich auch noch nicht. Sprich mit der Anführung der Dämmerwacht. Wir können eigentlich mal ein bisschen Verschiedenes abarbeiten, ne? In Einsamkeit. Können wir eigentlich mal hingehen. Aber es ist halt wieder so ein komplett neues Gebiet, ne? Das ist diese Endlos-Quest. Ups. Ja, genau. Das will ich irgendwann machen. So, nach und nach aufbauen. Mir reicht es eigentlich jetzt erstmal schon, dass ich da ein bisschen was habe, um mein Zeugs aufzuteilen und zu sehen, was ich alles habe. Weil in so einer endlosen A-Biz-Z-Liste da immer durchscrollen, ist halt super nervig. Das mache ich irgendwann mal, äh, Off-Stream. Hm, 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 hm. Kannst du runter? Ich weiß ja nicht. Ne, ich glaube, wir machen erstmal, machen das hier mal nicht. Wir gucken mal hier noch. Äh. Und eigentlich müsste ich die machen, weil das hier, das lotst mich ja alles zu irgendwelchen neuen Städten und so. Das könnte man noch machen. Hä, da waren wir doch schon drin. Ja, komm. Ach, ich kann von hier aus nicht schnell reisen. Alles klar. Ist ja gut. Von hier aus müsste es gehen, ne? Im Gewächshaus wachsen dann die Kräuter immer, oder was? Ach, das habe ich nur, äh, das habe ich nur erforscht, ne? Genau, war auf der Durchs-Reise, richtig. Dankeschön. Gut. Befreien wir den mal. Ach so. Hm, One-Hit. Nice. Gibt's. Gibt's. Kommt der jetzt, oder kommt der nicht? Ach, da oben. Dann treffe ich den von hier aus, ne? Zack. Na, okay. Das ist nice. Leinentuch. Nee. Gibt's hier noch was? Ach, keine Reagenzien, leider nur, ähm, leider nur, was zu essen. Oh, leichte Rüstung verbessert, auch schön. Ich muss mal ganz kurz, ich muss das gar mal ein bisschen hochstellen. Tiefenschärfe. Krass. Heißt das nett hier? Ist das bei Gameplay? Nee. Anzeige. Echt, ist das hier nett drin, oder was? Krass. Kann ich das nett heller stellen? Einstellung, Gameplay. Keine Empfindlichkeit. Geht nett. Anzeige. Personengegend. Hier, Helligkeit, ganz oben. Ja, besser. Das ist angenehmer. Für mich zumindest. Vielleicht für euch nicht mal ganz, ganz so spannend, aber... Okay. Ja. Das scheint mir recht low zu sein hier alles, ne? Aha. Muss ich wohl runter. Also, ich muss euch nur sagen, auch nicht... Vielen Dank.